Musik Die Teleakademie ist heute beim Deutsch-Amerikanischen Institut in Heidelberg. Dr. Michael Lüders studierte arabische Literatur, Islamwissenschaft, Politologie und Publizistik. Er war langjähriger Nahost-Korrespondent der Wochenzeitung Die Zeit und lebt als freier Publizist, Politik- und Wirtschaftsberater in Berlin. Dr. Michael Lüders spricht zum Thema, wer den Wind sät, was westliche Politik im Orient anrichtet. Wenn man sich die westliche Politik anschaut mit Blick auf die Verhältnisse im Nahen und Mittleren Osten, dann muss man sagen, dass sie nicht unschuldig ist für viele Krisen und für vieles, was dort ungut in der Region abläuft. Und um die Hintergründe zu verstehen, muss man ein bisschen zurückgehen in die Geschichte. Wie Sie wissen, hat der Kolonialismus der westlichen Welt, vor allem der Briten und der Franzosen, viel Unheil angerichtet. In dem Nahen Osten, in Nordafrika, im Fernen Osten. Aber nicht über die koloniale Vergangenheit will ich berichten, die sich natürlich insoweit fortsetzt, auch in der Gegenwart, weil diese koloniale Vergangenheit ursprüngliche historisch gewachsene Strukturen in der Wirtschaft und in der Politik, im gesellschaftlichen Miteinander zerstört hat. Und diese Zerstörung setzt sich fort bis in die Gegenwart. Wenn man sich die Frage stellt, warum es die Bestialität geben kann eines islamischen Staates, wie wir ihn heute erleben, dann kann man diese Frage nicht glaubwürdig beantworten, ohne darauf zu schauen, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass diese Organisation so stark werden konnte. Und da sind wir schon mitten in der Thematik, nämlich beim islamischen Staat und der Verursachung dieser Probleme durch die amerikanische Militärintervention 2003 im Irak. Wenn man das Ganze aus der Vogelperspektive betrachtet, aus heutiger Sicht, dann kann man sagen, dass die westlichen Interventionen in der Region in immer kürzeren Abfolgen immer größere Auswirkungen haben. Die Ursünde in der Region war im Grunde genommen der Militärputsch gegen den demokratisch gewählten Premierminister im Iran, Mossadegh, der 1953 hinweggeputscht wurde, gemeinsam von der CIA und dem britischen MI6, weil er zwei Jahre zuvor, 1951, die Erdölindustrie im Iran verstaatlicht hatte. Und dies war aus Sicht der Briten natürlich ein Skandal, denn sie profitierten enorm von ihrem Zugriff, ihrem kolonialen Zugriff auf die Erdölreserven im Iran, im Westiran an der Grenze zum Irak. Und das meiste Erdöl, das bis in die späten 50er Jahre hinein in Europa verkauft wurde, stammte aus der Raffinerie von Abadan im Iran. Und der Iran war also ein ganz wichtiger Exporteur von Erdöl, aber die Kolonialmächte Großbritannien und andere, mit ihnen die USA, nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie, die Amerikaner, die alten Kolonialmächte im Nahen und Mittleren Osten als die dominante Hegemonialmacht abgelöst. Über diese Dinge zu berichten, ist nicht ein Exkurs in die Vergangenheit aus der Perspektive eines Historikers, nach dem Motto, es ist lange her, was geht es uns an, sondern das, was 1953 seinen Anfang genommen hat durch diesen Putsch gegen Mossadegh, es setzt sich fort bis in die Gegenwart. Mossadegh war ein demokratisch gewählter Premierminister, der die Unterstützung der Iraner hatte, die überhaupt gar nicht auf Revolutionen getrimmt waren. Sie wollten eigentlich nur soziale Gerechtigkeit und eine gerechte Aufteilung der Erdöleinnahmen. Das waren aber die Briten nicht gewillt, ihnen zu gewähren. Und Winston Churchill war es, der dann unter anderem die Idee fasste, durch einen Militärputsch gegen Mossadegh dafür zu sorgen, dass dieser Unruhestifter von der Macht entfernt wird, obwohl er, wie man heute sagen würde, unsere westlichen Werte teilte. Er war ein provestlicher Machthaber, Herrscher, Premierminister, dem revolutionäre oder linke Umtriebe fremd waren. Aber er war eben aus gutem Grund für soziale Gerechtigkeit. Die Briten haben extreme Gewinne abgeschöpft aus der iranischen Erdölindustrie. Und die Ära des Kolonialismus war nun schon ans Ende gekommen, was die Briten aber nicht so recht einsehen mochten. Es ist hochinteressant zu sehen, mit welcher Professionalität und mit welchem Zynismus ein solcher Putsch gegen ein demokratisch gewähltes Regierungsoberhaupt durchgeführt wird. Man braucht dafür die Makroebene und eine Mikroebene. Man muss das sozusagen mittelfristig vorbereiten, indem man zum Beispiel Mossadegh über längere Zeit hinweg in den Medien gezielt dämonisiert hat, ihn als Unperson schlechthin dargestellt hat, um auf diese Art und Weise die Öffentlichkeit einzustimmen auf den bevorstehenden Putsch. Und dann braucht man natürlich auch lokale Akteure vor Ort, die diesen Putsch beflügeln. Also hat man Offiziere, Generäle gekauft. Man hat Straßengesindel herangezogen, um Unruhe zu schüren auf den Straßen von Teheran. Das alles kann man im Detail nachlesen. Ich gebe das in dem Buch auch wieder. Das liest sich sehr vertraut. Denn es ist interessant zu sehen, dass Anthony Eden etwas getan hat als Erster, was wir eigentlich bis in die Gegenwart beobachten können, wenn ein Politiker nicht nur in der arabisch-islamischen Welt, aus welchen Gründen auch immer, in Ungnade fällt, indem man ihn nämlich dämonisiert und ihn gleichsetzt mit Hitler. Anthony Eden wurde nicht müde, immer wieder zu betonen, dass Mossadegh ein zweiter Hitler sei, der darauf abziele, die Welt in den Abgrund zu reißen. Er würde einseitig hetzen gegen die westliche Wertegemeinschaft. Übrigens nicht nur Mossadegh, der gestürzte iranische Premier, wurde als zweiter Hitler apostrophiert, sondern auch Gamal Abdel Nasser, der ägyptische Präsident, weil er 1956, drei Jahre später, dann den Suezkanal verstaatlichte, sehr zum Unbild der französischen und britischen Aktionäre, denen der Suezkanal gehörte. Auch er wurde als Hitler inszeniert. Und interessant ist, die Terminologie, die verwendet wurde, wurde immer wieder darauf verwiesen, dass diese Akteure, Mossadegh, wie auch Nasser, irrational seien, fanatisch, anti-westlich, sie seien nicht berechenbar in ihrer Aggressivität, sie seien hasserfüllt und man könne mit ihnen in der Sache gar nicht sich auseinandersetzen. Nach dem Sturz von Mossadegh kam wer an die Macht? Der Shah von Persien. Der Shah war im Westen natürlich ein gern gesehener Gast, denn der Shah war jemand, der uneingeschränkt amerikanischen westlichen Vorstellungen entsprochen hat, in der Politik, die er betrieb. Allerdings im Innern hat er überwiegend mit Repressionen geherrscht. Er hatte jenseits der Oberschicht und seines unmittelbaren Machtapparates, für den vor allem der Sabak steht, ein sehr brutaler und gefürchteter Geheimdienst, der ausgebildet wurde von den USA und von Israel, hatte er eigentlich keinen Rückhalt in der eigenen Bevölkerung. Und aus dem Umfeld von Klerus und Bazar kam es dann zu der iranischen Revolution, die 1979 diese Diktatur des Shahs hinwegfegte. Und hier nun schließt sich die Kreise. Es gibt eigentlich keinen Historiker, der bestreiten würde, dass die islamische Revolution von 1979 nicht die verspätete Antwort gewesen wäre auf den Putsch gegen den demokratisch gewählten Premierminister Mossadegh. Nicht nur er wurde 1953 hinweg geputscht, sondern auch die Strukturen der demokratischen Entwicklung im Iran wurden zerstört durch diesen Putsch und die nachfolgende Diktatur des Shahs, sodass eben nur noch der Klerus überblieb, neben dem Bazar, als Agent des sozialen Wandels. Und die haben dann sozusagen zur Tat, sie sind sie geschritten mit dem Ergebnis, dass es zur islamischen Revolution kam. Und sie wissen, dass aus Sicht der Mullahs damals jedenfalls es den großen und den kleinen Satan gab, nämlich die USA und Israel. Und diese Apostrophierung erklärt sich vor dem Hintergrund der engen Zusammenarbeit der USA und Israels mit dem Geheimdienstapparat des Shahs. Das ist gewissermaßen die Retourkutsche der Mullahs gewesen, dass sie eben sehr stark anti-amerikanisch und anti-israelisch in ihrer Politik ausgerichtet waren, zum Teil noch immer sind, obwohl das nachlässt. Aber man muss diese Zusammenhänge kennen, weil man sonst zu falschen Ergebnissen kommt in der Beurteilung der Politik der jeweiligen Akteure in der Region. Wichtig ist festzuhalten, und das ist wirklich eine sehr zentrale Aussage, ohne den Putsch gegen Mossadegh 1953 hätte es 1979 die iranische Revolution nicht gegeben. Diese islamische Revolution wiederum, die Machtübernahme von Ayatollah Khomeini, wurde zum Big Bang, wenn man will, des politischen Islam, also einer Entwicklung innerhalb des Islam, wo Kleriker den Islam politisch deuteten und ihn zu einer Waffe schmiedeten in der politischen Auseinandersetzung. 1979 war eine historische Zäsur nicht nur mit Blick auf die Revolution im Iran, sondern es gab noch ein zweites Großereignis in der Weltpolitik in jenem Jahr. Das war der Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan. Und damals war die offizielle Darstellung die, dass die Sowjets Afghanistan besetzt hätten, um das Land zu unterjochen und um dieses Land in den sowjetischen Machtbereich hineinzufügen. Es gab auch innenpolitische Entwicklungen, unter anderem die Machtübernahme der Kommunistischen Partei, in Afghanistan diesen Einmarsch erklären. Aber aus heutiger Sicht wissen wir, ich zeige das in dem Buch, um das es hier heute geht, auch, dass die Amerikaner eigentlich sehr clever die Sowjets in eine Falle gelockt haben in Afghanistan, denn sie wollten, dass die Sowjets in Afghanistan einmarschieren und sie haben alles dafür getan, dass dieses auch geschieht. Es gibt ein bemerkenswertes Interview, dass Bigniew Brzezinski, der über mehrere Jahrzehnte hinweg Sicherheitsberater war und ist mehrerer amerikanischer Präsidenten, unter anderem auch von Jimmy Carter, der damals Präsident war. Und der sagte 1998, in einem bemerkenswert offenem Interview mit der französischen Zeitschrift Le Nouvel Observateur, wie die Amerikaner das alles eingefädelt haben, damit die Sowjets in Afghanistan einmarschieren, wohlwissend, dass sie diesen Krieg nicht gewinnen können und dass es die Kräfte der Sowjetunion überfordern würde und dann auf diese Art und Weise das Fiasko in Afghanistan beitragen würde zum Untergang der Sowjetunion. Und der Fragesteller fragt unter anderem ihn, Spigniew Brzezinski, den Sicherheitsberater der USA, ja, aber sie haben doch, indem sie dieses getan haben, doch im Grunde genommen die Büchse der Pandora geöffnet, weil nämlich radikale Islamisten hier hervorgetreten sind. Und das kann doch nicht in ihrem Interesse sein. 1998 war dieses Interview und die Antwort von Spigniew Brzezinski lautete, was ist denn für die Weltgeschichte von größerer Bedeutung, der Untergang der Sowjetunion oder ein paar fanatisierte Muslime irgendwo auf der Welt. Um die Sowjetunion zu besiegen, sind die Amerikaner mit den Saudis und den Pakistanern ein merkwürdiges Bündnis eingegangen. Und dieses Bündnis hatte zur Folge, dass die Mujahedin, die Glaubenskämpfer, bewaffnet wurden im Kampf gegen die sowjetischen Besatzer und ihnen viel Schaden zugefügt haben. Aus diesen Mujahedin allerdings sind dann nach dem Abzug der Sowjets 1989 aus Afghanistan die Taliban und auch Al-Qaida hervorgegangen. Und Osama Bin Laden war einer von denen, die enge Kontakte unterhielten zum amerikanischen Konsulat in Peshawah im Nordwesten Pakistans und sehr viel Waffen und Geld aus den USA empfangen hatten über die dortigen Geheimdienste, die CIA insbesondere, mit dem Ziel, diesen Krieg in Afghanistan voranzutreiben. Warum Saudi-Arabien? Saudi-Arabien ist der große geostrategische Rivale des Iran. Saudi-Arabien beansprucht für sich, die Führungsmacht innerhalb des sunnitischen Islam darzustellen. Saudi-Arabien hat panische Angst vor revolutionären Entwicklungen, denn das dortige System ist eines, das geprägt wird von einem ultrakonservativen sunnitischen Islam, wahhabitischer Ausrichtung. Die Revolution in Iran war aus saudischer Sicht eine gefährliche Provokation des eigenen Machtanspruches. Und um die Iraner, die iranische Revolution, revolutionär und an Progressivität zu überflügeln, beschloss man in Riyadh, dieses sicherheitshalber zu tun, fernab der eigenen Grenzen. Und man hat dann gesagt, wir unterstützen den Dschihad, geführt durch die Mujahedin, das Wort Dschihad steckt bei dem Wort Mujahedin mit drin. Die Mujahedin also, die wollen wir unterstützen von Pakistan aus in ihrem Kampf gegen die sowjetischen Besatzer. Und einer derjenigen, der den Kampf dieser Mujahedin organisiert hat, das war Osama bin Laden. Und man schätzt, dass Mitte der 1980er Jahre etwa 30.000 sogenannte arabische Afghanen in Pakistan lebten, vor allem in der Region Peshawar und darauf warteten, an die Front zu gehen im Kampf gegen die Sowjets. Teilweise kamen die mit ihren ganzen Familien und es war richtig Volksfest-Atmosphäre, vielfach auch, bis es dann an die Front ging. Und Osama bin Laden hatte dann die segensreiche Idee, wenn ich so sagen darf, sich zu sagen, Mensch, das sind so viele Kämpfer. Ich mache jetzt einfach mal eine Liste, die ich zusammenstelle von diesen ganzen Glaubensbrüdern, die hier in den Kampf ziehen. Und er hat angefangen, im Grunde genommen eine Datei zu erstellen, dieser Tausenden von Kämpfern, die aus arabischen Ländern als Freiwillige kamen, unterstützt und finanziert von den Saudis und von Pakistan, um in Afghanistan gegen die Sowjet zu kämpfen. Er hat dann also eine Art Register angelegt und unter dem Begriff Register wurde das dann auch bekannt, auf arabisch Al-Qaeda. Und so kam es also zu dieser Organisation. Und der Grund dafür, dass Osama bin Laden seine Loyalitäten, wenn ich so sagen darf, gewechselt hat, erst hat er mit den Amerikanern gegen die Sowjets gekämpft, dann wurden auf einmal die Amerikaner der Todfeind für ihn und andere radikale Islamisten. Der wesentliche Grund dafür war, dass nachdem Saddam Hussein Kuwait überfallen hatte, hatte er Osama bin Laden die segensreiche Idee, dass er doch eigentlich seine Mujahedin im Kampf gegen den Irak nach Kuwait führen wollte. Davon wollten die Saudis aber nichts wissen, der war ihnen zu radikal. Außerdem haben sich viele Araber, vor allem Saudis, nicht nur Radikale darüber empört, dass die Amerikaner so stark militärisch präsent waren in Saudi-Arabien. Das haben sie als Blasphemie gesehen und auf einmal wurden dann die Amerikaner zum großen Feind und Osama bin Laden beschloss dann, nicht nur die Amerikaner zu bekämpfen, sondern eben auch diejenigen Regime, die besonders eng mit den USA zusammenarbeiten. Und das sind eben vor allem die Saudis gewesen und sie sind es bis heute. Alles hängt mit allem zusammen. Saddam Hussein hat Kuwait überfallen im Jahr 1990. Warum hat er das getan? Ja, wir sind wieder im Jahr 1953, Sturz von Masadek, Islamische Revolution als Antwort darauf im Jahr 1979. Im selben Jahr putschte sich Saddam Hussein an die Macht und er glaubte nun, dass der Iran leichte Beute wäre. Geschwächt durch die Revolution könnte man mal eben in diejenigen Teile im Westiran einmarschieren, wo sich das ganze Erdöl befindet und so das Gebiet vom Irak ein bisschen erweitern. Allerdings hatte er den Iran gewaltig unterschätzt. Die Iraner hatten große Probleme, den Angriff der Iraker in den ersten zwei Jahren zurückzuschlagen, aber dann hat sich das militärische Blatt gewendet und die Iraner standen im Begriff, den Irak zu besiegen. Nach zweieinhalb Jahren etwa, der Krieg begann 1980. Im Grunde genommen war im Sommer 1982 klar, dass der Iran in Bagdad einmarschieren würde, wenn nicht ein Wunder geschieht. Und das geschah dann in Form eines aktiven Engagements unserer amerikanischen Brüder, die sich gesagt haben, alles, aber nicht das. Es kann nicht sein, dass der Iran diesen Krieg gewinnt. Also hat man angefangen, Saddam Hussein massiv zu bewaffnen. Man hat ihm Kredite gegeben, Darlehen, alles Mögliche. Und dieser Krieg hat sich noch mal um sechs Jahre verlängert, bis 1988. Gleichzeitig war damals schon bekannt, dass Saddam Hussein Giftgas einsetzte, nicht nur gegen die Kurden im eigenen Land, bekannt geworden ist Halabschah im Jahre 1988, ein Angriff mit über 5000 Gastoten, sondern auch die Soldaten, die iranischen Soldaten an der Front wurden also mit Gas belegt und es starben viele und die Iraner haben das vor den Vereinten Nationen noch immer wieder zur Sprache bringen wollen, aber die Amerikaner haben dieses Thema immer blockiert, auch deswegen, weil das das Giftgas, das die Amerikaner, das die, das Irak bekam, das Saddam Hussein bekam, wurde hergestellt in den USA, Frankreich, Deutschland überwiegend und es wurde sozusagen nicht publik gemacht. Erst nachdem Saddam Hussein, der große Verbündete der USA im Kampf gegen den Iran, nachdem er Kuwait überfallen hatte 1990, man kann sagen etwas despektierlich, die wichtigste Tankstelle der USA in der Region neben Saudi-Arabien, in dem Moment erst, fiel Saddam Hussein in Ungnade. Das ging natürlich nicht. Warum hat Saddam Hussein Kuwait überfallen? Ja, im Grunde genommen aus, wie soll ich sagen, pekuniaren Gründen. Er war klamm. Er hatte kein Geld mehr. Der Krieg hatte Milliarden gekostet, selbstverständlich. Der Irak war bankrott. Die Saudis hatten ihm Geld gegeben, die Golf-Araber hatten ihm Geld gegeben, damit der Krieg führt gegen den Iran. Die Amerikaner hatten großzügig Darlehen gewährt, diese Darlehen aber verbunden mit der Auflage zum Beispiel ihren Bedarf an Weizenimporten, die sie brauchten, ausschließlich aus den USA zu importieren. 1988 jedenfalls war der Irak pleite. Das Land hatte schlichtweg kein Geld mehr und verzweifelt versuchte das Regime damals, die Amerikaner und die Saudis dazu zu bringen, die Schulden zu erlassen und ihnen Kredite zu gewähren, was sie aber nur mit sehr großen Einschränkungen taten. Dann kam es zu Spannungen mit Kuwait, vor allem um das gemeinsam ausgebeutete Ölfeld Rumaila, das sowohl vom Irak und Kuwait ausgebeutet wurde. Kurzum, irgendwann sagten sich Saddam Hussein und Design, prima, wir fallen in Kuwait ein, denn dann sind wir der größte Erdöl-Exporteur weltweit und dann können wir die Preise auf dem Ölmarkt diktieren und dann können wir uns auf diese Art und Weise wieder sanieren. Ja, so weit, so gut. Wer hat er die Rechnung und den Wirt gemacht? Denn er hätte eigentlich wissen können, es gab mehrere amerikanische Doktrinen, darunter eine aus dem Jahre 1980, die klipp und klar besagte, dass die Amerikaner gegebenenfalls auch mit Gewalt gegen alle diejenigen vorgehen, die ihre, die amerikanischen Sicherheits- und Erdölinteressen bedrohen und so kam es also zu dem Einmarsch in Kuwait und zu dem Rauswurf von Saddam Hussein. Ein Mysterium in diesem Zusammenhang war, dass im Grunde genommen die Amerikaner sehr genau wussten, dass die Iraker ihre Truppen zusammenzogen vor den Grenzen von Kuwait, aber noch eine Woche vor dem Angriff traf sich die amerikanische Botschafterin in Bagdad mit Saddam Hussein, April Gillespie, die ihm erklärte, dass man von amerikanischer Seite aus verstehen könne, dass er Saddam Hussein Grenzstreitigkeiten habe mit Kuwait, dass er unbedingt Geld brauche, um sein Land neu aufzustellen und aus amerikanischer Sicht seien das regionale Probleme, in die man sich nicht einmischen werde. Das hat Saddam Hussein in gewisser Weise verstanden als Einladung zum Angriff und warum diese Botschafterin damals diesen Spruch in dieser Form getätigt hat, das verwundert Historiker noch heute. Hätte sie damals mit der Faust auf den Tisch geschlagen, vielleicht wäre der Lauf der Geschichte ein anderer geworden. Nachdem also Kuwait befreit war oder anders gesagt, als Saddam Hussein einmarschiert war in Kuwait, haben die Vereinten Nationen sehr weitreichende Wirtschaftssanktionen gegen den Irak verhängt. Nun war ja Kuwait befreit 1991 im Februar. Rein theoretisch hätte man jetzt ja die Sanktionen wieder aufheben können, aber so zu denken heißt dann doch, das Imperium zu unterschätzen, denn aus amerikanischer Sicht war es völlig unakzeptabel, dass ein Herrscher auf die Idee kommt, ein anderes Land zu überfallen und die Amerikaner haben gemeinsam mit den Briten im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eine Resolution nach der anderen durchgepeitscht, die im Grunde genommen die wirtschaftlichen Aktivitäten im Irak weitgehend zu einem Stillstand brachten und das Ergebnis war verheerend, vor allem für die irakische Zivilbevölkerung. Es wurden vor allem auch keine Medikamente mehr ins Land gelassen und das Ergebnis war, dass es innerhalb von zwei, drei Jahren nichts mehr gab an Medikamenten. Ich war selber zu der Zeit zweimal im Irak und sie bekam in Bagdad damals selbst Pflaster oder Mullbinden nur mit Mühe. Eine Krankheit zu haben wie Krebs oder Diabetes oder Krankheiten, die im Grunde genommen leicht heilbar sind, Allergien, waren im Prinzip im Irak ein Todesurteil, sofern man nicht das Geld hatte, nach Jordanien zu fahren und sich dort behandeln zu lassen. Es gab nichts mehr in diesem Land an Medikamenten und an medikamentöser Versorgung. Das war sozusagen die Bestrafung der irakischen Zivilbevölkerung dafür, dass Saddam Hussein an der Macht war. Die Hoffnung war offenbar, dass sich die Bevölkerung dann erhebt gegen ihren Unterdrücker. Das Gegenteil ist geschehen. Die Menschen in ihrer Not haben sich erst recht Saddam Hussein unterworfen. Als Ergebnis dieser Sanktionen sind über eine Million Menschen gestorben, darunter etwa 500.000 Kinder, bis es dann zum Krieg kam 2003. Das ist ein, man kann sagen, Verbrechen westlicher Politik, das im öffentlichen Bewusstsein so gut wie gar nicht vorkommt. Und wenn man sich die Frage stellt, wie eigentlich diese Verrohung der Moral und die Bestialität des islamischen Staates von heute zu erklären ist, dann muss man eingehen auf diese Phase in den 1990er Jahren. Damals war der Irak ein Land mit einer sehr, sehr ausgeprägten, starken bürgerlichen Mittelschicht, mit einem intellektuellen Leben, mit Leuten, die gut Geld verdienten. Es war nicht unüblich, dass Hochschullehrer beispielsweise ihren Urlaub in der Schweiz verbrachten mit ihrer Familie. Als Ergebnis dieser Sanktionen wurde der gesamte Mittelstand in die Verarmung getrieben. Es gab eigentlich im Irak nur noch zwei soziale Schichten, ganz oben vielleicht fünf Prozent der Bevölkerung und der Rest arm, aber wirklich arm. Alles, was an Zivilität oder an Bürgerlichkeit, an moralischen Werten vorhanden ist in einer Gesellschaft, geht natürlich dann völlig für die Hunde. Schätzungsweise 500.000 Kinder, also die Hälfte dieser Toten waren Kinder, als Ergebnis dieser Sanktion. Es gibt ein Interview, das ich auch zitiere, mit Madeleine Albright, damals Außenministerin. Sie sagte 1996 in einem Interview mit dem amerikanischen Nachrichtenmagazin 60 Minutes auf CBS gesendet, da fragte der Interviewer sie, es seien ja nun 500.000 Kinder im Irak gestorben, das sind mehr als Kinder gestorben seien in Hiroshima, ob das denn den Preis wert sei? Und Madeleine Albright antwortet, ja, das ist ein hoher Preis, aber wir denken, dass es wert ist, diesen Preis zu zahlen. Also die Nonchalance, mit der die Mächtigen dieser Welt darüber befinden, wo auf der Welt Menschen sterben und wo nicht, sucht schon ihresgleichen. Als Ergebnis dann dieser Intervention von Kuwait, also als Saddam Hussein Kuwait überfiel, war eigentlich in den USA klar, der Mann muss weg. Nur wie stellt man das an, wie kann man das machen, wie kriegt man ihn los? Und die Sanktionen haben eben nicht funktioniert. Ich meine, die Menschen haben einen furchtbaren Preis bezahlt, aber das Regime saß dennoch relativ gut und fest im Sattel. Dann kam es zu den Anschlägen des 11. September 2001 und im Grunde genommen war damit sozusagen der Countdown gesetzt für den Einmarsch im Irak zwei Jahre später. Eigentlich schon einen Tag nach dem 11. September haben sich die Verantwortlichen in Washington zusammengesetzt und sich überlegt, wo fangen wir zuerst an, Krieg zu führen, in Afghanistan oder im Irak. Und es war wohl wesentlich Colin Powell, der dafür plädierte, erster Mann in Afghanistan aufzuräumen, weil das der Öffentlichkeit besser zu vermitteln wäre, weil dort eben die Taliban lebten, dort war Osama bin Laden beheimatet und erst Afghanistan, dann Irak. Das war so die Abfolge, obwohl es schon damals klar war, dass Saddam Hussein mit den Anschlägen des 11. September nichts zu tun hatte, auch wenn das immer wieder behauptet wurde. Alles hängt mit allem zusammen in der Region und die Abfolge der zeitlichen Ereignisse wird immer dichter. 26 Jahre lagen zwischen dem Sturz von Mossadegh und der iranischen Revolution 1979. Jetzt aber kommt die Taktfolge, sie wird immer kürzer. Wer hätte vor zwei, drei Jahren den islamischen Staat gekannt, außer einigen wenigen Experten? Heute kennt ihn jeder. Und viele tun so, als sei das eine völlige Überraschung, dass es den islamischen Staat gibt. Nein, das ist eigentlich keine völlige Überraschung, sondern die logische Konsequenz einer falschen Politik, die sich unbeschadet aller gemachten Erfahrungen fortsetzt in der Region. Die Amerikaner haben also 2003, wie Sie wissen, das ist ja alles Zeitgeschichte, im Rahmen einer Koalition der Willigen, sind sie im Irak einmarschiert, wieder jedes Völkerrecht, dass Saddam Hussein ein Verbrecher war, geschenkt, müssen wir nicht ernsthaft darüber diskutieren, das war natürlich. Aber wie das so ist mit Verbrechern, man kann sie ja stürzen, nur dann was? Wenn man keinen Plan hat für den Tag danach, dann ist das ziemlich schlecht. Und 2003 also der Sturz von Saddam Hussein und kein Plan für den Tag danach. Die Amerikaner haben dann viele Dummheiten begangen, in der Art und Weise, wie sie im Irak aufgetreten sind. Die größte Dummheit, die sie begangen haben, war, die irakische Armee, die Geheimdienste und die Ba'ath-Partei, die Wiedergeburtspartei von Saddam Hussein zu verbieten. Dadurch wurden quasi über Nacht Hunderttausende arbeitslos. Und die meisten dieser Arbeitslosen wussten, mit Waffen umzugehen. Der Irak ist ein Land, wie viele Staaten im Nahen Osten, die völlig anders aufgestellt sind, als die Staaten bei uns in Europa. Es sind Staaten, in denen es keine bürgerlichen Mittelschichten so stark gibt, wie hier in Europa. Im Irak gab es, aber die wurden komplett vernichtet durch diese Wirtschaftssanktionen. Wenn aber ein Staat völlig zusammenbricht und es keine Ordnung mehr gibt und die Leute versuchen müssen zu überleben, was macht man in so einer Situation? Dann ist Individualität nicht mehr gefragt, sondern braucht man eine Gruppe, ein Kollektiv, eine Solidargemeinschaft, die hilft zu überleben. Und das ist im Kontext einer östlichen Gesellschaften zunächst einmal der Clan, also die erweiterte Großfamilie, dann der Stamm, zu dem man gehört, die religiöse Gruppierung und die Ethnie, die Volksgruppe. Im Irak also die Frage, bin ich Kurde oder bin ich Araber? Ethnische Zugehörigkeit. Oder die religiöse Frage, bin ich Sunnit oder bin ich Schiit? Bis zum Sturz von Saddam Hussein war die Frage, ob man Sunnit oder Schiit ist, im Irak eigentlich zweitrangig. Im Alltag spielte das kaum eine Rolle und es gab viele Mischehen. Bagdad war eine gemischte Stadt. Viele Mischehen, hier lebten Schiiten, da sind Sunniten in derselben Straße, alles kein Problem. Allerdings hatten die Sunniten immer die Macht ausgeübt im Irak seit osmanischer Zeit, obwohl sie nur 20 Prozent der Bevölkerung stellen. Die Bevölkerungsmehrheit liegt auf Seiten der Schiiten. Und nun kam es also zum Sturz von Saddam Hussein zu demokratischen Wahlen. Im Westen glaubt man, wenn man formelle Wahlen abhält und man hat dann einen Wahlsieger, dann ist sozusagen alles wie im Westen. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern wir haben stattdessen eine Situation gehabt, wo die Schiiten auf einmal an der Macht waren. Ist ja logisch, ein Schiit wählte eine schiitische Partei, Sunniten eine sunnitische Partei, ein Kurde eine kurdische Partei und so weiter. Also hatten die Schiiten die Macht, das haben die getan, erst einmal Rache geübt für Jahrhunderte der Unterdrückung. Die Schiiten haben alles getan, die schiitischen Politiker, um die Sunniten zu marginalisieren. Das Ergebnis war, dass die sunnitischen Stämme den Aufstand gewagt haben gegen die schiitische Zentralregierung und gegen die amerikanischen Besatzer, um ihren Machtverlust auszugleichen. Eine der Gruppen, die damals den Aufstand machten, war Al-Qaida. Aber das war eben nur eine von vielen. Es war im Grunde genommen eine Volkserhebung der Sunniten, kann man sagen. Die Amerikaner haben es aber immer so dargestellt, als würden sie Al-Qaida bekämpfen im Irak. In Wirklichkeit haben sie die Aufstandsbewegung der Sunniten bekämpft, die entstanden ist als Reaktion auf die blödsinnige Entscheidung der amerikanischen Regierung, namentlich des damaligen stellvertretenden Verteidigungsministers Paul Wolfowitz, die irakische Armee aufzulösen. Al-Qaida im Irak hat sich dann sehr schnell überlebt, vor allem deswegen, weil Al-Qaida im Irak mehr so diese internationalistische Agenda hatte, nach dem Motto, wir wollen ein zweites 9-11. Aber die Iraker, die Sunniten im Irak wollten das nicht. Das hat die nicht interessiert. Denen ging es um Bagdad. Und da ist eine neue Bewegung entstanden, nachdem Saqqawi, der Führer von Al-Qaida im Irak, 2006 von den Amerikanern getötet worden war. Und diese neue Bewegung nannte sich dann recht bald Islamischer Staat im Irak. Und dieser islamische Staat, der verschiedene Führer hatte, bis dann Kalif Ibrahim 2008 anfing, die Führung zu übernehmen, war zunächst eine inner-irakische Veranstaltung, gut vernetzt in den dortigen Stämmen. Und wahrscheinlich wäre aus diesem islamischen Staat im Irak eine lokale Aufstandsbewegung geblieben, wäre nicht ein zweiter Konflikt hinzugekommen, der das Ganze nochmal explosiv hochgejazzt hat, nämlich der Krieg in Syrien. Der Krieg in Syrien war zunächst einer, der erwuchs aus einer Aufstandsbewegung gegen das Regime von Bashar al-Assad. Und aus dieser Aufstandsbewegung wurde dann sehr schnell ein Stellvertreterkrieg. Ein Bürgerkrieg zunächst einmal und dann ein Stellvertreterkrieg. Die Frage, welche religiöse Gruppe, welche ethnische Gruppierung, ist sehr, sehr wesentlich. Im Nahen Osten, vor allem dann, wenn Staaten zerfallen. Ich muss noch nachtragen, dass im Zuge der gewalttätigen Auseinandersetzung im Irak Bagdad eine geteilte Stadt wurde. Sunniten mussten von Schiiten dominierte Viertel verlassen und umgekehrt. Weil wer als Sunnit in eine schiitische Straßensperre gerät, der überlebt nicht. Und umgekehrt. Also wurden Familien getrennt, Stadtviertel getrennt, überall sind Mauern in Bagdad und kein Sunnit würde so tollkühn sein, in ein schiitisches Viertel zu gehen oder umgekehrt. Sie haben verfolgt, es gab jetzt eine Offensive der irakischen Armee gegen die Stadt Tikrit, die Heimatstadt von Sanem Hussein, eine Hochburg der Sunniten. Diese Offensive ist jetzt abgebrochen worden. Warum? Ist doch ganz klar. Hochburg der Sunniten, die irakische Armee greift an. Die irakische Armee, wer ist das? Das sind Schiiten. Und nicht nur die irakische Armee hat gekämpft, sondern auch schiitische Milizen, die vom Iran unterstützt und bewaffnet werden. Ja, die Sunniten denken doch nicht daran, sich von denen befreien zu lassen. Wenn die die Alternative haben, islamischer Staat oder schiitische Miliz, wählen die den islamischen Staat. Da geht es nicht um Ideologie, sondern ums Überleben. Denn eine schiitische Miliz, die Tikrit erobert, die Heimatstadt von Saddam Hussein, der so viel Unheil gebracht hat über die Schiiten, das überlebt man im Zweifel nicht. Die Menschen dort unter solchen Bedingungen, wenn ein Staat zertrümmert ist, denken nicht in irgendwelchen hehren Sphären Demokratie, Freiheit, Menschenrechte. Sie sind vielleicht Stammesvorsteher eines Dorfes und die Amerikaner kommen zu ihnen und sagen, hey Bruder, wir brauchen dich, du kriegst Waffen, du kriegst Geld, du kämpfst gegen Al-Qaida oder gegen den islamischen Staat. Dann sage ich als Stammesführer natürlich, klar, logisch, mache ich. Ich lege mich doch nicht mit den Amerikanern an. Ich weiß allerdings auch, wenn ich nicht ganz blöd bin, dass sie es ja nicht tun, weil ich so ein toller Typ bin, sondern sie brauchen mich als jemanden, der für sie kämpft. Wenn zwei Monate später die Frontlinien sich verschoben haben und auf einmal kommen irgendwelche Kämpfer von dem islamischen Staat und sagen, ja hör zu Dorf Schulze, entweder du kommst zu unserer Seite und kämpfst auf unserer Seite mit gegen die Amerikaner oder wir machen ein Dorf platt, ja ist doch klar, was die betreffende Person dann tut. So können sich also Allianzen ändern von einem Tag auf den anderen und das hat nichts zu tun mit Ideologie oder sonst wie, sondern es geht einfach nur ums Überleben. Und das ist ja auch ein sehr starkes Motiv. Das muss man wissen, um zu erkennen, warum es eine Unterscheidung in Gut und Böse in solchen Konflikten, wo alles zertrümmert ist, nicht geben kann. Im Syrien gibt es eine Bevölkerungsmehrheit der Sunniten, also anders als im Irak. Dort haben die Schiiten die Mehrheit. In Syrien haben die Sunniten die Mehrheit, aber wer hat die Macht? Die Alawiten. Eine religiöse Minderheit, die vielleicht 15 Prozent des Landes ausmacht, gilt gemeinhin als chiitische Sekte. Sie haben die Macht und die waren aber nicht doof, die Leute um Hafez al-Assad, dem Vater des jetzigen Diktators Bashar al-Assad. Wenn ich als eine kleine Minderheit die Macht ausübe in einem ganzen Land, brauche ich Bündnispartner. Was hat also Bashar al-Assad gemacht? Und Hafez al-Assad, sein Vater, sie haben der sunnitischen Mittelschicht, den Händlern und Handwerkern in der Hauptstadt Damaskus und in der Wirtschaftsmetropole Aleppo signalisiert, hört zu Leute, ihr könnt Geld verdienen, so viel ihr wollt. Interessiert uns überhaupt gar nicht. Könnt ihr alles machen, aber stellt nicht die Machtfrage. Die Macht haben wir, aber wir lassen euch Geld verdienen, so viel ihr wollt. Dieselbe Botschaft haben die Alawiten gerichtet an die anderen religiösen Minderheiten, vor allem die Christen und die Drusen. Betet an, wen immer ihr anbeten wollt. Unseren Segen habt ihr, wir werden nicht versuchen, euch zu missionieren. Interessiert uns nicht im Geringsten. Lebt euer Leben, stellt aber nicht die Machtfrage. Und dieser Deal hat eigentlich über Jahrzehnte funktioniert. Dann kam es zum Aufstand in Syrien. Wer hat diesen Aufstand getragen? Vor allem verarmte sunnitische Schichten aus den Vororten der Großstädte und aus den ländlichen Gebieten. Vielfach mussten die Bauern ihre Heimat verlassen aufgrund von Dürre und anderen Katastrophen. Es war die sunnitische Unterschicht, die ärmeren Sunniten, die diesen Aufstand gemacht haben. Aber anders als in Ägypten beispielsweise, wo wirklich fast das gesamte Volk gegen Mubarak aufgestanden ist, waren es in Syrien nie mehr als die Hälfte der Bevölkerung, die gegen Bashar al-Assad aufgestanden ist. In den westlichen Staaten hat man sich gesagt, wunderbar, Aufstand, prima, finden wir toll. Weg mit Bashar al-Assad. Warum? Nicht, weil er ein Diktator wäre. Das interessiert nicht. Sondern Syrien ist der engste Verbündete des Iran in der arabischen Welt. Und über Syrien erfolgt der Waffennachschub für die Hezbollah, die Partei Gottes, eine Schiiten-Miliz im Libanon. Sie sehen, alles hängt mit allem zusammen. Das Kalkül des Westens, konkret der USA, mit ihnen der Europäer, der Türkei und der Golfstaaten war prima. Wir stürzen Bashar al-Assad, setzen ein sunnitisches Regime ein. Und was passiert? Die privilegierten Beziehungen mit Teheran sind beendet. Hezbollah kriegt keinen Waffennachschub mehr aus dem Iran. Ende zu Ende gut, alles gut. Aber es kam anders. Weil die Aufstandsbewegung zu schwach war, Bashar al-Assad zu stürzen. Und weil der Iran, Russland und China an Bashar al-Assad festhalten. Warum? Weil sie nicht wollen, dass der Westen sich ein weiteres Land unter dem Nagel reißt, nach den Ereignissen in Libyen. Ja, in Syrien also war die Situation die, dass der Westen irgendwann erkennen musste, Bashar al-Assad ist nicht zu stürzen. Und Bashar al-Assad ist nicht doof, ist nicht dumm. Er ist skrupellos, machiavellistisch, aber sehr brillant. Er hat erkannt, ich kann das ganze Land nicht zurückerobern. Ich konzentriere mich auf das Kernland. Also die alauitischen Siedlungsgebiete und die wirtschaftliche Lifeline, die Lebensader, ungefähr die Linie von der jordanischen Grenze über Damaskus bis nach Aleppo und den Streifen rüber dann zum Mittelmeer. Die ganzen Gebiete entlang der Grenze zur Türkei und dem Irak aber hat er sich selbst überlassen. Hier entstand ein Machtvakuum und dieses Machtvakuum wurde gefüllt von verschiedenen islamistischen Milizen und dann dem islamischen Staat, der vom Irak aus nach Syrien aufgebrochen ist, dort großes Territorium erobert hatte, vor allem die Ölquellen um Derasur im Osten Syriens, eine Haupteinnahmequelle für den islamischen Staat und er wurde so mächtig und einflussreich dort, dass er dann im letzten Sommer den Durchmarsch gemacht hat in die sunnitischen Gebiete im Irak, die er noch nicht kontrolliert hat. Und da erst wachte man im Westen auf, oh ja, da gibt es ja eine Bewegung islamischer Staat, wo kommen die denn her? Ja, aber die waren schon die ganze Zeit da, man hat sie nur nicht so registriert und wahrgenommen, aber es gab sie und der islamische Staat ist, um es klar und deutlich zu sagen, made in USA. Er ist genauso made in USA oder made by USA wie Al-Qaida von den Amerikanern im Grunde genommen erschaffen worden ist, weil man in den USA nicht versteht, dass militärische Interventionen in der Regel nicht das bewirken, was man sich von ihnen erhofft. In dem Moment, wo man Regime beseitigt, in dem Moment, wo man eingreift in die Innenpolitik bestimmter Staaten, indem man von außen versucht, eine Ordnung einzusetzen, die im Interesse westlicher Politik agiert, schafft man Chaos, Staatsverfall und Anarchie und das Ergebnis sind dann radikale islamistische Bewegungen wie der islamische Staat. In Libyen können wir sehen, wie der Sturz von Gaddafi zur Folge hatte, dass dessen Söldner, die vor allem aus Schwarzafrika gekommen sind, mit ihren Waffen Richtung Süden gezogen sind, auf der Suche nach neuen Bündnispartnern und auf der Suche nach Beute. Das Ergebnis war, dass parallel zum Sturz oder kurz nach dem Sturz von Gaddafi, erstens Boko Haram 2012 einen enormen Boom erlebte in Nigeria und gleichzeitig der Krieg dann in Mali begann, wo Tuareg-Rebellen gemeinsam mit Islamisten dann versucht haben, die Hauptstadt Bamako zu erobern. Die Franzosen haben also erst mit den Briten gemeinsam und den Amerikanern in Libyen interveniert, um Gaddafi zu beseitigen und mussten dann eine weitere Militärexpedition starten in Richtung Bamako, um die Rebellen von dort wieder Richtung Norden zurückzutreiben. Das nennt man neudeutsch, mehr Verantwortung übernehmen. Und das ist genau die Politik der Bundesregierung auch, denn sie will, wie wir wissen, seit Bundespräsident Joachim Gauck dieses Wort geprägt hat, mehr Verantwortung übernehmen, als Ergebnis von gemeinsamen Think-Tank-Sitzungen verschiedenen Organisationen. Die Idee der Amerikaner ist, nicht mehr ihre Kriege weltweit alleine führen zu müssen, sondern sie zu delegieren an willige Bündnispartner, darunter eben auch die Europäer. Und das ist gemeint mit mehr Verantwortung übernehmen. Bitte, liebe Briten, liebe Franzosen, macht ihr da den Gaddafi mal weg. Wir helfen euch logistisch, machen auch ein bisschen Bombardements, aber so für die Feinarbeit seid bitte ihr zuständig. Und die Deutschen sind bereit, diese Verantwortung eben auch mit zu übernehmen. Und diese Lieferung von Waffen an die Kurden im Norden des Irak ist sozusagen nur ein Vorspiel dessen, was uns künftig noch erwarten wird in diesem Zusammenhang. Denn, ich meine, es gibt sieben Länder, in die die USA in den letzten Jahren, seit den 1990er Jahren militärisch interveniert haben in der arabisch-islamischen Welt. Entweder direkt militärisch interveniert oder aber mit Hilfe von Drohnen haben sie damit gewirkt. Und in keinem dieser Länder ist es anschließend zu einer Beruhigung der Innenpolitik gekommen. Im Gegenteil, Chaos und Anarchie haben sich freigesetzt und sind nicht mehr zu kontrollieren. Und wenn Sie jetzt Politiker hören, mit Blick auf das, was in Libyen passiert, dann heißt es, auch hier müssen wir militärisch intervenieren, um das Chaos von unseren Küsten fernzuhalten. Man schafft erst Chaos und dann schickt man noch mehr Soldaten, um das Chaos dann einzudämmen. Und das kann natürlich nicht funktionieren. Es ist noch nie einer regulären Armee gelungen, eine Guerilla-Armee zu besiegen. Der islamische Staat ist nicht zu besiegen, weil der islamische Staat sozusagen eine Stammesbewegung ist im Kampf gegen die Bevormundung durch die Schiiten in Bagdad. Gleichzeitig die Ideologie des islamischen Staates ist nicht vom Himmel gefallen, sondern es ist im Grunde genommen eine Neuauflage des wahhabitischen Islam. Der wahhabitische Islam in Saudi-Arabien und die Ideologie des islamischen Staates, das sind Bruder und Schwester. Und deswegen kann man den islamischen Staat auch nicht besiegen. Man kann vielleicht sie militärisch zurückdrängen, aber die Idee in den Köpfen wird bleiben und es wird sich nicht ändern, solange diese Staaten dabei sind zu zerfallen und nur noch Rudimente darstellen von Staatlichkeit. Wenn ein Staat erst mal zusammengebrochen ist, dann passiert das, was wir jetzt hier beobachten können im Irak, in Syrien. Und wenn man die unglaubliche Brutalität verstehen will, dann muss man eingehen auf das, was in den 1990er Jahren im Irak passiert ist. Als Humanist können Sie im Irak nicht überleben. Der Humanismus ist spätestens tot gewesen, als die Sanktionen verhängt wurden gegen den Irak. Seither geht es nur noch ums Überleben. Nur noch um das Überleben. Es gibt keine Familie, die nicht Angehörige verloren hätte durch die Sanktionen oder durch den Krieg. Über zwei Millionen Iraker sind gestorben seit 1990. Also dazu kommen noch mal mehrere hunderttausend Tote im Krieg gegen den Iran. Also ein furchtbarer Blutzoll und der Grund für die Rückständigkeit und für die viele Brutalität und die Ausweglosigkeit in diesem Teil der Welt ist begründet in der Unfähigkeit der jeweiligen Regime, die keinerlei Interesse daran haben, ihre Gesellschaften zu entwickeln und konstruktiv nach vorne zu entwickeln, sondern nur an ihrem eigenen Machterhalt interessiert sind. An dem Erhalt der Macht eines bestimmten Clans, einer bestimmten Gruppe auf Kosten der anderen. Und jede dieser Gruppen an der Macht weiß natürlich ganz genau, wenn wir die Macht verlieren, dann gibt es eine Nacht der langen Messer, dann werden wir massakriert. Die Ideologie, die Vorstellung derer an der Macht ist immer the winner takes it all und wir werden die Macht verteidigen bis zum letzten Blutstropfen. Das ist genau die Mentalität eines Bashar al-Assad. Das Problem ist nur, dass seine Gegner nicht viel anders ticken als er. Die sind nicht besser als er. Die würden, wenn sie hätten, auch fast Bomben abwerfen auf Zivilisten, um den Feind zu schwächen. Die Vorstellung ist eine Stammesvorstellung. Meine Leute, deine Leute. Ich will alle Macht, du bist mein Feind. Du kannst dich mir unterwerfen. Wenn du es nicht tust, bringe ich dich um. Ja, und diese Kausalitäten sind also sehr unerfreulich und sie werden verschärft durch eine westliche Interventionspolitik, die dazu führt, dass ein Krieg aus dem nächsten entsteht und ein Ende der Gewaltspirale gar nicht abzusehen ist. Und nun komme ich zum Ende. Es gibt so viel zu berichten und zu erwähnen und so vieles hängt mit vielen zusammen. Auf den iranischen Atomstreit bin ich jetzt gar nicht eingegangen. Aber die iranische Atomstreit ist natürlich auch ein Ergebnis des Putsches gegen Mossadegh und der iranischen Revolution. Warum will der Westen um jeden Preis den Iran eingehegt sehen? Offiziell aufgrund seiner radikalen Politik, weil er angeblich Israel bedroht, was der israelische Geheimdienst der Mossadegh allerdings in Abrede stellt. Es gäbe keinerlei Hinweise darauf, dass der Iran eine Atombombe baue. Sagen auch amerikanische Geheimdienste. Trotzdem wird aus dem Thema Iran ein riesiges Ding gemacht. Warum? Weil der Iran der einzige Staat ist im weiten Raum zwischen Marokko und Indonesien, der eine nicht-pro-westliche Politik verfolgt. Das ist der Grund, warum dieses Land isoliert werden soll, warum dieses Land klein gemacht werden soll. Wer sich nicht den hegemonialen Interessen des Westens, sprich den Vorstellungen der USA unterwirft, der wird nach Möglichkeit klein gemacht. Das gilt nicht nur für die arabisch-islamische Welt, auch für andere Krisenherde auf diesem Globus. Ja, meine Brüder und Schwestern, ich könnte glatt noch weiter, aber ich denke, ich habe jetzt schon lange genug geredet. Es gibt sicherlich auch noch Fragen, können Sie auch alles nachlesen. Aber ich hoffe, den ein oder anderen Denkanstoß hinterlassen zu haben. Und die Hauptbotschaft des heutigen Abends ist, es hängt alles mit allem zusammen. Es hängt alles mit allem zusammen. Glauben Sie nicht den großen Vereinfachern in der Politik und den Medien. Glauben Sie vor allem jenen nicht, die Ihnen zu erklären versuchen, dass das ganze Chaos in der Region verursacht worden sei durch den Islam. Das ist wirklich Quatsch. Die Teleakademie war heute beim Deutsch-Amerikanischen Institut in Heidelberg. Es sprach Dr. Michael Lüders zum Thema, wer den Wind sät, was westliche Politik im Orient anrichtet.